Herzlich Willkommen zu meinem Vortrag. Es geht heute um den Project Builder und mit diesem ermögliche ich ein oder möchte ich gerne ein schnelles Bauen von Webanwendungen ermöglichen. Erste Frage um was geht es und da habe ich so ein kleines Bilderrätsel hierhin gemalt quasi und wollte euch mal fragen was sind denn die Sachen bei einem schnellen Bauen von Webanwendungen und was würde es euch denn da gehen? Was seht ihr als Herausforderung? Das soll ein bisschen helfen das Bild, aber was wären so die Sachen, die Probleme die man lösen könnte? Was könnte das hier bedeuten? Ja und dass man halt auch viele unterschiedliche Anwendungen hat und halt nicht nur eine Anwendung betreiben möchte. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so eindeutig ist, aber letztendlich arbeitet man ja meistens nicht allein an so einer Webanwendung, sondern mit anderen zusammen und die müssen halt auch die Möglichkeit haben ihre Anteile sinnvoll und effektiv hinzuzufügen. Dieses Bild hier ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber vielleicht hat jemand diese Unendlich-Schleife schon mal im Bereich von DevOps gesehen. Ist jemand von euch da, der DevOps macht? Das bedeutet im Prinzip ja Continuous Deployment, Continuous Delivery. Also im Prinzip ist Softwareentwicklung ja keine Einbahnstraße. Ich entwickle irgendein Projekt und das ist dann da und das funktioniert für die Ewigkeit, sondern ich muss Updates einspielen, ich muss die regelmäßig deployen können und Betrieb und Wartung ist natürlich auch wichtig bei so einer Web-Anwendung. Nicht nur, ich erstelle mal was, und das ist dann da. Und das habe ich so ein bisschen zusammengefasst. Also zum einen, ich möchte gerne eine Web-Anwendung haben, wo ich schon die für verschiedene Objekte halt Grundfunktionalitäten habe, also Schreiben und Lesen und Darstellen von Inhalten. Ich möchte, also ich persönlich wollte das gerne, eigene Vorlagen erstellen können. Also ich will meine Web-Anwendung auch selbst gestalten können. Es gibt zum Beispiel Anbieter wie J-Hipster, da kann man auch Vorlagen erstellen, aber meistens ist es halt schon so, dass man da etwas verwendet, was schon da ist und das dann weiter entwickelt, aber nicht mehr als Vorlage irgendwas zurückspielt. Ich möchte gerne auch neue Architekturen ausprobieren können. Also ich will nicht nur eine Vorlage quasi auf eine Vorlage beschränkt sein, sondern auch möglichst, wenn ich was Neues ausprobiere, das irgendwie ins Team zurückspielen können. Und dazu habe ich halt auch den Project Builder verwendet. Das steht dann noch als nächster Punkt da. Also eigentlich möchte ich in irgendeiner Weise die Teamvereinbarung, die ich treffe, wie etwas sein soll, wie etwas aussehen soll von der Struktur halt auch, vielleicht auch vom Quellcode, irgendwo festhalten können. Und das am besten nicht als irgendein Dokument, sondern am besten als Quellcode, der dann wiederverwendet werden kann. Hier habe ich noch ein bisschen was von der Geschichte aufgezeigt. Ich weiß nicht, ob das ganz so interessant ist, aber nur ein Stück weit, wo das Ganze herkommt. Mein Freund Markus ist auch ein Softwareentwickler und irgendwann hat er mal gesagt, für so ein kleines Projekt, na, ich brauche doch mal irgendwie eine Architektur, kannst du nicht eine machen. Das habe ich gemacht und dann, weil ich nicht wollte, dass diese Architektur nur für diese Anwendung da ist, habe ich gesagt, ja, mache ich, aber stelle ich Open Source als Apache 2 Lizenz, damit ich es halt weiterverwenden kann. So ist der erste Schritt zum Project Builder entstanden. Dann habe ich mir eine kleine, das war damals noch eine Zwing-Oberfläche, ganz primitiv überlegt, wo ich das so ein bisschen, ja, einstellen kann und so ein bisschen den Projekttitel einstellen kann und, ja, quasi schon Entity Relationship, also solche Objekte, die ich dann auf der Oberfläche darstelle, hinterlegen konnte. Das Ganze wurde dann irgendwann mal als Web-Anwendung weiterentwickelt und die neue Version jetzt hat quasi die Möglichkeit, ER-Diagramme und auch Relationen abzubilden, also nicht nur stumpf diese Entitäten, die dann in die Datenbank geschrieben werden. Wie sieht das Ganze aus? Also ich habe im Prinzip den Project Builder, der verwendet Template-Dateien, die geht liegen. Template-Dateien, also ich habe jetzt, ja, es gibt ein Default-Template im Prinzip, das beinhaltet eine MySQL-Datenbank und quasi dann einen Java-Backend. Und, also vielleicht kann ich das gleich nochmal kurz zeigen, das ist quasi auch der Aufbau des Templates, auch der Aufbau des Project Builders. Und ich habe da quasi einen Java-Spring-Backend, einen React-Frontend, eine MariaDB als Datenbank, also, ja, Kümmling von MySQL. Und dann kann man noch einen Key-Club mitverwenden und das Ganze ist in so einem Docker-Compose-Skript gefasst. Also jetzt eigentlich, ja, die Anwendung auch bei der Auslieferung, aber die kann man zu Entwicklungszwecken natürlich auch außerhalb vom Docker-Compose laufen lassen. Und mit GitHub-Actions kann ich die Anwendung dann auch als Docker-Datei in so, diesen internen GitHub-Registrie pushen oder auch in das Docker-Hub, je nachdem, was man da gerne möchte. Der Project Builder ist im Docker-Hub, ich habe aber andere Anwendungen, die ich gerne nicht veröffentlichen möchte und deswegen einfach in der GitHub-Registrie abgelegt habe. Letztendlich, ich gehe nochmal ganz kurz hier zurück, möchte ich quasi auch von der gleichen Architektur mehrere Anwendungen haben und nur dann abweichen, wenn neue Sachen dazukommen, wenn irgendjemand sagt, na das, was jetzt hier so gelöst ist, das ist ja jetzt blöd, wollen wir das nicht anders machen, um einfach Betrieb und Wartungsaufwand ein bisschen einsparen zu können oder verringern zu können. Weil, wenn ich jetzt fünf verschiedene Architekturen habe, also mir persönlich fällt es dann schwer, zwischen diesen fünf verschiedenen Architekturen, wenn es dann auch noch andere Programmiersprachen sind, hin und her zu switchen. Und deswegen diese, ja, Vereinheitlichung. Man kann jetzt als Template auch irgendwas anderes nehmen, müsste man sich dann halt selber bauen, irgendeinem Node.js im Backend und JavaScript im Frontend. Also das ist jetzt nichts, was ich gern für alle festschreiben möchte, aber ich persönlich habe mir jetzt halt einen Architektur-Stack ausgesucht, auf den ich dann quasi auch arbeiten möchte und den möchte ich halt auch nicht so einfach verlassen, ohne dazu einen guten Grund zu haben. Und jetzt möchte ich das gern ein bisschen demonstrieren, also wie sieht das Ganze aus. Und zwar, jetzt habe ich gerade die Sachen da nicht öffnen. Ich glaube, ich glaube, das geht dann auch nicht. Gut, Gott sei Dank die richtige Seite offen. Also das ist der Project Builder. Letztendlich ist das gar nicht so wahnsinnig viel, also man kann hier Applikationen definieren und man kann hier quasi Templates definieren. Ich zeige erst mal die Applikationen, weil das so ein bisschen einfacher ist. Ich habe hier schon eine mal vordefiniert. Da gibt man einfach den Namen ein. Paketnamen kann man sich noch aussuchen und hier mit Groups kann man hier noch ein kleines Rechte-Management oder Gruppen zuordnen, die dann entsprechend im Keycloak hinterlegt werden können, so dass man auch eine Möglichkeit hat, nicht alles gleich Public zu setzen, sondern eine eigene Gruppe mit eigenen Usern da quasi bereitzustellen. Hier kann ich dann das Template auswählen, ist hier das schon selektiert und man kann dann hier eigene Entitäten anlegen. Es sind jetzt schon mal drei angelegt. Ich kann auch mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Man kann Felder hinzufügen und man kann hier auch Abhängigkeiten hinzufügen. Wenn man das Ganze dann gemacht hat, kriegt man nochmal alles präsentiert, was man eingegeben hat und kann hier letztendlich sich sein Template, seine Anwendung oder ein Anwendungs-Template herunterladen. Das entpacke ich jetzt mal. Jetzt habe ich hier meine Anwendungen drin liegen und kann die halt auf VS Code öffnen. Jetzt initialisiert er das Java-Projekt, dass er das auch von Maiden-Abhängigkeiten und sowas versteht Jetzt habe ich hier unter Deployment ein paar Docker-Compose-Sachen liegen. Kann ich auch nochmal kurz reingehen. Hier installiert halt eine Datenbank, die MariaDB-Datenbank. Ein Key-Glock ist auch drin. Den kann man aber auch ausknipsen, wenn man das möchte. Das ist eine Einstellung in der Anwendung. Und das war es eigentlich schon. Ich möchte jetzt hier erstmal die Anwendung bauen. Deswegen ist die Anwendung selber hier in diesem Docker-Compose-Skript nicht drin. Es gibt auch dann noch Skripte, wenn man die Anwendung gebaut hat, die quasi das Ganze Docker-Compose mit enthalten, also die Anwendung mit enthalten. Hier ist das quasi das, ja, sie sieht der Sport, das schon mal irgendwo gebaut wurde. Oder beziehungsweise, ja, das ist glaube ich sogar. Auf jeden Fall, hier wird dann das Image verlinkt, was dann quasi mit GitHub Actions gebaut werden kann. Ich führe das mal kurz aus. Ja, ich muss das in den Diploment-Ordner rein. Ich hoffe, das ist lesbar. Ja, okay. Jetzt startet er halt die zwei Container. Das eine, den einen für Key Club und den anderen für die Datenbank. Dann muss ich noch die Oberfläche bauen. Die Oberfläche ist in React geschrieben, das heißt, und das Build-Tool dafür ist halt NPM. Das dauert jetzt so ein bisschen. Leider, eigentlich sollte er das schon runtergeladen haben. Und die Anwendung selbst baue ich mit Maven. Ich glaube, währenddessen er baut, kann ich ein bisschen noch auf den Quellcode eingehen, beziehungsweise auch die Templates zeigen. Ja, das Ganze ist halt ganz normal in Java geschrieben, in Spring Boot. Ich glaube, da wer es sich, wer Spring Boot kennt und da schon mal Sachen entwickelt hat, für den ist das jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Neues. Es gibt halt eine Restschnittstelle, die hat er jetzt hier halt entsprechende Controller hinzugefügt. Die sehen halt ganz normal aus, also Rest Controller ist halt das Stichwort in Spring Boot, welches es ermöglicht, eine Restschnittstelle zu erstellen und Get Mapping und Operations fügen halt dann die entsprechenden Endpunkte hinzu, beziehungsweise das ist ein Get Request und das ist ein Post Request und das ist ein Put Request. Also das ist Standard Spring Boot und die, ich glaube Service überspringe ich jetzt mal, die Persistenzschicht ist im Prinzip auch Standard JPA, da gibt es halt hier die Entitäten und der hat jetzt hier hinzugefügt, die Entitäten, die ich auch definiert habe, Dashboard Entity und View Entity, wenn man jetzt nochmal hier drauf schaut, also das ist das und Point of Interest Entity, das sind die Sachen, die ich hier auch definiert habe. Jetzt ist das NPM fertig und jetzt kann ich quasi hier nochmal den Nebenbild aufrufen. Man könnte die Anwendung jetzt auch, da es eine Spring Boot Anwendung ist, mit Application, hier ganz einfach starten, also über Application und dann Run, hier ist nämlich die Main Klasse quasi definiert, aber ich mache das jetzt gleich mal so, wie man das im Prinzip auch für Produktion machen würde, ich baue jetzt die Anwendung mit Maiden zusammen und erstalte dann die Anwendung. Dauer das noch ein bisschen länger, dann zeige ich schon mal, wie die Templates aussehen. Die Templates liegen auch in einem Git Repository, wie ich das schon gesagt habe, und da kann man jetzt auch nochmal reinschauen. Das ist das Template, was ich benutze, ich habe hier den Latest Stand und hier drin liegt eine Template-Config, die ich quasi dann auch im Project Builder einlese, das geht zu lesen. Hier kann ich halt über ganz normale Ersetzungen quasi den Namen der Entity mitgeben, hier Entity und Relationship sind halt, wenn man das im Project Builder sich anschaut, gibt es eine Schnittstellenbeschreibung, die quasi das beinhalten. Das ist quasi hier drin festgelegt und hier sieht man halt auch so ein Stück, weil es ist auch beschrieben, aber wie die Sachen heißen und ich glaube, das was er wirklich verwendet, ist dann das Entity DT mit den entsprechenden Name, Fields und so weiter und so fort. Das ist aber auch nochmal wirklich dokumentiert in GitHub. Category muss man nicht eingeben, was man eingeben muss, ist hier dieser Template Path und dort, wo es im Projekt reingerendert werden muss und das wird, glaube ich, dann besser ersichtlich, wenn man das hier nochmal anschaut. Es gibt zum einen das Projekt an sich, das liegt quasi hier, das wird benutzt und der Name hier wird ersetzt mit den eigentlichen Projektnamen und dann kann man in dieses Projekt in den entsprechenden Pfaden nochmal die Templates quasi reingenerieren lassen oder aus den Templates Quellcode generieren lassen. Und die Templates bestehen aus, also sind Free Marker Templates und die liegen quasi in dem Ordner nebenan. Und wenn man das jetzt sich mal als Entity ansieht, das ist jetzt Free Marker Language, das sieht ein bisschen kompliziert aus, aber letztendlich kann man da auch erstmal mit ganz normal einfachem Template anfangen und wenn man da noch komplexe Relationen reinmachen möchte, dann wird es halt leider an der einen oder anderen Stelle mit verschiedenen Datentypen etwas komplizierter. Aber es sind halt if, else Sachen drin, die dann einfach ersetzt werden und richtig generiert werden. Daraus wird dann quasi diese Entity Struktur. Das Ganze ist jetzt fertig gebaut und jetzt kann ich das auch starten. Jetzt ist die Anwendung gestartet. Sollte hier auch erscheinen. Hier ist jetzt der Key Club mit eingestellt, deswegen muss ich hier das Passwort eingeben. Das ist defaultmäßig admin admin hier drin im Template und hier habe ich quasi die Entitäten, die ich gerade angelegt habe und kann jetzt entsprechend Werte vergeben. Das war halt für so eine Ansicht, wo es quasi ein Dashboard gibt mit mehreren Kacheln drin, die dann View heißen und das kann ich mir dann halt hier quasi drinnen rudimentär konfigurieren. Da fällt jetzt gerade kein guter Name ein und dann kann ich mir die im Dashboard auch entsprechend auswählen. Und ja, das ist jetzt eine rudimentäre Oberfläche, die kann man natürlich noch wesentlich verschönern oder halt auch austauschen, wenn man das möchte. Aber man hat halt erstmal diesen Stack von der Architektur da. Gut und Architektur habe ich jetzt schon gezeigt. Also was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, sind die GitHub Actions, das kann ich noch mal ganz kurz zeigen. Dieses Template beinhaltet auch quasi selbst GitHub Actions auf der Project Builder, hat die gleichen Sachen da und damit kann ich quasi meine Dockerfiles auch bauen. Das sieht man jetzt zum Beispiel hier ganz gut. Create Release in Tag kann man ausführen und dann wird dann quasi ein neues Release erstellt. Könnte ich jetzt auch eigentlich laufen lassen. Das heißt, ein neues Release und auch ein Docker-Push. An der Stelle wird jetzt auf den Dockerhack ausgeführt. Hier sind nochmal die Codebeispiele, die ich auch gezeigt habe, die überspringe ich jetzt mal kurz. Auswertung. Also für mich hat es zumindest in einigen Projekten Vorteile gebracht. Ich habe eine einheitliche Projektvorlage, die ich auch mal jemandem an die Hand geben kann und mit der er starten kann und nicht von vorn anfangen muss, sich irgendwelche Grundsachen auszudenken. Ich habe ein Projekt möglichst automatisch halt auch aufgesetzt. Das heißt, auch durch die GitHub Action kann ich halt sehr schnell dann ein Docker-Image erstellen und das Ganze dann vielleicht auch in einem späteren. Das heißt, es gibt schon ein paar Helm Templates, aber die sind noch nicht ganz so ausgefeilt. Also dann über Helm dann vielleicht auch auf einen Kubernetes Cluster bringen und dies damit sehr schnell auch zur Verfügung stellen. Und ja, ich habe einen gemeinsamen Architektur-Stack, der vielleicht nicht perfekt ist, über den man vielleicht auch reden kann, aber der das halt auch ermöglicht, die Diskussion oder die Ergebnisse von Diskussionen, die man dann vielleicht auch noch hat, wieder als Quellcode zur Verfügung zu stellen und nicht als irgendwelche Dokumentationen. Und ich habe noch einen Vorteil halt für Betrieb und Wartung, das sieht halt alles recht gleich aus und ich muss mich nicht auf mehrere Anwendungen konzentrieren und überlegen, ja, wie war denn das jetzt nochmal? Weil das eine oder andere vergisst man vielleicht doch in der Dokumentation zu erwähnen, weil man denkt, okay, das ist ja eigentlich logisch und so geht das eigentlich auch recht gut kontinuierlich zu verbessern. Und man spart wenig, ja, man spart quasi den Denkaufwand und den Suchaufwand, wie ging das denn nochmal? Nachteil, naja, das Ganze hat schon einiges an Zeit gefressen, einiges an Freizeit bei mir auch, um diese Geschichte zu entwickeln. Auf der anderen Seite, ja, die Zeit hat es gefressen, also ich bin aber auch ein bisschen State of the Art gekommen, also ich konnte quasi meine Kompetenzen dadurch auch ein Stück weit erhalten, weil ich quasi, ja, auch Sachen von anderen mit einbeziehen konnte, das hätte ich vielleicht ohne dieses Tool nicht so einfach gekonnt, sondern, ja, hätte ich quasi von Neuen immer wieder anfangen müssen, irgendwas zu lernen. Also es war auch erst nicht in Spring Boot, sondern alt in JE und somit hat irgendjemand mal gesagt, naja, wieso nicht, also wollen wir das nicht mal auf Spring Boot ziehen und dann hat man es halt zusammen auf Spring Boot rumgezogen und kann jetzt halt Spring Boot-Anwendungen machen, genauso wie früher halt JE-Anwendungen. Das ist auch schon der erste Punkt, den ich hier genannt hatte, auch das mit der Erwartung hatte ich jetzt schon genannt. Ich habe es auch in eine Ausbildung eingesetzt, weil es halt einfach dann, man auch wusste, was die Leute im Prinzip machen und dann immer wieder auf vorhandenes Wissen aufsetzen konnte, also auch das Wissen, was die Auszubildenden dann quasi mitgebracht haben oder mitentwickelt haben, quasi wieder einfließen lassen konnte. Ja, also es ist nicht nur für mich ein schnelles Erstellen von Web-Anwendungen, sondern auch eine Art und Weise, wie man Wissen teilen kann und Neues dazu lernen kann. Dann habe ich für euch noch ein paar Fragen. Das war jetzt meine Vorgehensweise. Ich weiß, dass es viele andere Möglichkeiten gibt. Und ich wollte euch fragen, was macht euch denn, ich weiß nicht, wer von euch Entwickler ist, ich nehme doch an, der ein oder andere. Was macht euch effektiv, beziehungsweise was würdet ihr euch wünschen und was stört euch? Was macht euch ineffektiv und langsam? Was macht euch effektiv, zum Beispiel Einsatzbuchskräfte, die ich immer wieder nutzen kann? Ja, genau, das war auch die ursprüngliche Idee. Ich stelle das als Open Source zur Verfügung und dann kann ich da immer wieder, dann habe ich quasi meinen Stack und kann dann immer wieder drauf aufsetzen. Ich weiß, man fand ich dabei jetzt ein paar Minuten, aber das Tool ist im Endeffekt dafür da, dass du deine Entwicklungsarbeit machen kannst und mich über die Freude nicht kümmern musst. Also, dass ich eigentlich schnell eine Web-Anwendung erzeugen kann, ohne mich über dieses, ohne mir immer wieder um dieses Projekt-Setup Gedanken zu machen. Und da gehört das Deployment natürlich dazu. Ja, okay. Ich finde das eigentlich immer eine gute Perspektive. Also, ich bin jetzt kein Programmierer, aber ich mache so ja so Infoschip-Sachen, aber ganze Docker-Compose-Sachen machen die Recycling man dann eh immer wieder. Und ich habe das im Endeffekt auch gemacht. Ja, genau. Und wenn ich auch jetzt den Nextcloud aufsetze oder in einer anderen Web-Anwendung, das sieht Docker-Compose-mäßig genau gleich aus, mit dem die Parameter-Anwendung. Das hätte bei dir sowas dann raus. Ja, genau. Obwohl jetzt Docker-Compose, also meine Docker-Compose-Skripte sind jetzt nicht so die, ich bin halt eher Software-Entwickler, das mögen vielleicht nicht die allerbesten Skripte sein, aber man kann dann halt auch sagen, hier, jemanden sagen, hier, guck mal drüber und dann kannst du das für alle drei Anwendungen dann vielleicht auch ausrollen, weil es ja einfach gleich aussieht. Ja. Oder auch Helm-Charts. Haben wir halt auch angefangen, erst mit dem Project-Builder da Helm-Charts hinzuzufügen und dann wurde das Ganze quasi in das Template erstmal reingezogen. Und dann kann man immer noch mit Freemarker versuchen, Sachen einzusetzen, aber erstmal hast du es halt auch im Template drin und passt es zur Not quasi an, wenn du dieses Projekt aufgesetzt hast. Noch jemand vielleicht, was euch langsam macht? Oder wo ihr noch Verbesserungsmöglichkeiten seht? Gerade so in der Software-Entwicklung, vielleicht, meinetwegen auch gerne in der Infrastruktur. Ja, genau. Naja, es ist ja hier auch gelöst, aber halt nicht, es gibt halt immer noch recht viele Variationen, das ist in der Infrastruktur, glaube ich, genauso. Also auch mit Terraform und so weiter kann man ja sehr viel machen, aber jeder macht es auch da ein Stück weit anders und muss man sich auch auf eine Technologie quasi letztendlich irgendwo einigen. Okay, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und wenn sonst nichts, keine weiteren, achso, weitere Fragen vielleicht noch? Genau, genau. Es wird im Chat gefragt, welche Projekte das eingesetzt wurde, wenn du das eingesetzt hast und vielleicht Ergebnisse zeigen kannst. Ja, kann ich. Müssen wir überlegen, ob ich das eigentlich darf. Also eingesetzt wurde es auf jeden Fall für den Project Builder. Das City-Dashboard, was ich hier quasi habe, das ist dann auch, das zeige ich nur ganz kurz. Oh, da habe ich jetzt gerade, habe ich leider Passwort nicht dazu. Also das City-Dashboard, was hier quasi zu sehen ist, wurde quasi weitergeführt zu einem richtigen Projekt. Die Oberfläche wurde komplett ausgetauscht, muss ich dazu sagen, aber das, was in der Datenbank ist, habe ich eigentlich so eins zu eins übernommen und ja, es sieht jetzt auch ganz anders aus, wenn man das sich anschaut, aber dafür wurde es zum Beispiel verwendet. Ganz am Anfang gab es auch in der Logistik kleine Projekte, also meistens so kleine Web-Anwendungen, wo es verwendet wurde. Es gibt auch eine Abteilung bei Volkswagen, die das Ganze für ihre Projekte verwendet hat, um die rudimentär erst mal aufzusetzen. Ja, und ich habe glaube ich auch, so ein Kamerakollektor haben wir mal implementiert, der zeigt halt wirklich nur Kameras in Schweden an und ein kleines Preview-Bild. Die Map war ursprünglich auch nicht dran, also an der Oberfläche muss man ja schon meistens noch einiges schrauben, aber im Backend, das hat man halt meistens eins zu eins dann quasi übernommen und noch ergänzt. Ja, wahrscheinlich gibt es noch mehr kleine Projekte, die es da irgendwo gibt. Weitere Fragen? Immer unbedingt keine weiteren Fragen im Chat. Wenn hier jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, dann würde ich den schließen und vielen Dank für den Vortrag. Viel Spaß beim Video und Video-Jungs-Tage. Danke. War jetzt nicht ganz so lang. War jetzt nicht so lang. War jetzt nicht so lang. War jetzt nicht so lang.